Bum-ba-bum-ba-bum-ba-bum, bum-ba-bum-ba-ba-bum. Ja, hallo meine Lieben, hier habe ich für euch 100 QR-Codes. Diese sind für das Item Siegelmünze. Wichtige Anmerkung, sofern ihr euer Spiel bereits geupdatet habt, könnten möglicherweise nicht mehr alle QR-Codes funktionieren. Sollte dies der Fall sein, könnt ihr euer Update in den Systemeinstellungen unter zusätzlichen Inhalten löschen und nach der QR-Code-Eingabe wieder herunterladen. Wenn euch das Video geholfen hat, würde ich mich über ein Like freuen und wer mehr davon will, kann gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, damit helft ihr mir, euch weitere solcher Videos zu zeigen. Danke fürs Reinschauen und brav bleiben! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!